In der Zwei-Personen-Volkswirtschaft unserer Insel handelten Adam und Eva den Tausch der Güter aus. Würden sich die Rahmenbedingungen ändern, zum Beispiel ihre Präferenzen oder ihre komparativen Vorteile, so könnten sie neu verhandeln. Dieses Prinzip lässt sich auf eine Volkswirtschaft mit vielen Individuen übertragen. Jedes Individuum agiert als Produzent und Konsument, indem es sich entsprechend seinen komparativen Kostenvorteilen spezialisiert und über Tauschverträge und Werkverträge an die Güter seines Bedarfs gelangt. Die Tauschrelationen, also die Preise, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Man sucht sich die Tauschpartner, bei denen man die günstigsten Preise erzielen kann. Alle Verträge sind spontan und kurzfristig. Auf der Suche nach vorteilhaftem Handel werden immer wieder neue Tauschbeziehungen eingegangen. In Konkurrenz zueinander und durch Versuch und Irrtum tasten sich alle Beteiligten an eine effiziente Arbeitsteilung heran. Bei dieser atomistischen Form der Arbeitsteilung erfolgt die gesamte Koordination dezentral über eine Vielzahl kurzfristiger Tauschverträge. Die atomistische Arbeitsteilung ist durch eine hohe Flexibilität gekennzeichnet. Andererseits fehlen ihr die Stabilität und Sicherheit von langfristigen, festen Beziehungen. Diese können bei der Arbeitsteilung aber oft notwendig sein, um die Größenvorteile eines gemeinsam abgestimmten Produktionsprozesses umsetzen zu können. Der Zusammenschluss zu einer organisatorischen Einheit mit dauerhafter Zuweisung der Aufgaben lässt Unternehmen als arbeitsteilige Produktionsgemeinschaften entstehen. Die Ausrichtung an einem gemeinsamen Ziel dieser Organisation erfordert ein hohes Maß an Kooperation. Innerhalb einer Hierarchie orientiert sich die Entlohnung zumeist am geleisteten Arbeitsinput, zum Beispiel Stundenlohn. Die Vergütung der Leistung bei unmittelbarer Arbeitsteilung über den Markt ist dagegen Output orientiert, zum Beispiel Erlös für Verkauf von Produkten. Zwischen den Unternehmen können nun wiederum kurzfristige Tauschverträge über den Markt zustande kommen. Der Gegenpol zur atomistischen reinen Marktkoordination wäre die zentrale Organisation der gesamten Volkswirtschaft unter einer gemeinsamen Hierarchie. In dieser Zentralverwaltungswirtschaft würde der Staat als einziges allumfassendes Großunternehmen die Steuerung von Allokation und Distribution der Güter übernehmen.